Hallo liebe Zuschauer, heute gibt es die letzte Folge der dritten Staffel von Fitment Moin Moin, Flens Fitness. Und ja, heute zeige ich euch einmal die letzten Übungen, die wir für euch abgefilmt haben. Und damit das natürlich gut rüberkommt und damit ihr sehen könnt, dass man das überall auch bei sich zu Hause machen kann, heute bei uns im Wohnzimmer. Also bleibt dran! Das ist Mixlot Produktion. Das ist Mixlot Produktion. So ihr Lieben, das waren jetzt die Übungen, die ihr am besten zu Hause direkt mal nachmachen solltet. Eure Aufgabe ist jetzt 20 Wiederholungen von den jeweiligen Übungen, die ich euch gerade gezeigt habe, einmal zu machen und davon dann fünf Sätze. Auf geht's! So ihr Lieben, das waren jetzt die Übungen, die ihr zu Hause für euch nachmachen könnt. Für euch eure Übungen einmal... Schaffst du dich, ne? Schaffst du dich? Okay, okay. Ja, okay. 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 Bye.